einen wunderschönen guten moden liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einer weiteren folge fifa 17 ultimate team weekend liegt mir ist alles scheißegal wir machen das letzte spiel noch ich bin trotzdem versuchen zu konzentrieren es kann sein dass die anspannung jetzt komplett weg ist und ist nicht schafft aber wir versuchen das spiel zu gewinnen weil das sie ist halt auch wirklich für den monat wichtig ich will auch in dem monat wieder elite werden und ich kann die kohle jetzt gut gebrauchen premier league ist teuer das ist halt leider so da ist noch so viel luft nach oben rein theoretischerweise premier league ich werde mir das auch nie alles leisten können weil ein spiel einen spieler schon millionen kostet oder so das werde ich halt nie investieren wahrscheinlich es sei denn ich habe mal mega glück und ziehe irgendeinen total kranken spieler aber selbst dann wird es wahrscheinlich eher verteilen also ich werde wahrscheinlich nie ein pokba spielen kann mir nicht vorstellen so jetzt aber konzentration ich will den 19 sieg mit benteke kopfballtor komm schon 19 das sieg kommt benteke du unglaublicher kopfballspieler er macht es auch mit dem fuß aber wenn seine kopfballstärke nicht mehr hätte ich wahrscheinlich schon tauschen müssen aber gehört halt zu ihm die kopfballstärke von daher und das waren ja auch wichtige tore bisher krass vorlage benteke wenn ich recht im sinne schön rausgespielt die bräune macht mal wieder eins war ein bisschen lucky weil der tote noch dran war wie gesagt benteke macht glaube ich die vorlage das ist benteke ja es benteke er schießt noch ein tolles an oder egal drin ist drin so zeitiges 1 0 machen wir noch schnelles 2 0 schön gemacht finde bräune ich habe gedacht die also nicht gedacht ich habe an auge mit in den lauf geschickt er täuscht ganz kurz an dann bleibt wieder stehen weil ich nicht warum wenn sie in ruhe weiter spielen nicht arrogant werden wichtig aber der gegner kann ruhig ein bisschen laufen meine läuft in die falsche richtung das ist wieder so ein pass wo ich sag er war war recht halt komplett frei also war massiv platz und er macht aber halt einfach den passt genau hinten spieler rein ja ja komm mal ne schau mal ne schau mal ne so bin ich sie denn Oh, viel zu straff, fuck. Schön gemacht von Benteke. Oh, was soll ich das jetzt sagen? Zweite Vorlage Benteke, der mir beweisen will, er kann nicht nur Kopfbälle, wie es aussieht. Und Arnautovic macht das zweite Tor, aber das Ding ist halt auch, er macht ihn aus der Drehung. Also das war auf jeden Fall ein Tor, was er so nicht immer macht, weil er macht ihn, also auch wieder lucky, dass er unterm Spieler durchgeht, aber er macht ihn komplett aus der Drehung. Ich habe mich nicht vorher gedreht, ich habe erst geschossen. Und von daher, aber ja, guter Abschluss von Arnautovic, sehr schön. Schade, dass seine dritte Inform RM ist und nicht wieder LM. Aber vielleicht kriegt er ja eine vierte Inform, wird dann zwar auch ziemlich teuer sein, aber die könnten wir dann für die Second Inform nehmen, weil die dritte Inform bringt mir halt nichts. Auf der falschen Seite. Das hat Messi krass gemacht. Aber erstmal, krass, dass er überhaupt Messi hat, fällt mir gerade so ein. Weil Messi, ich weiß nicht, wie Millionen der kostet, aber er hat Messi. Den sieht man jetzt nicht so oft im gegnerischen Team, selbst in dem krassen Team sieht man recht selten. Ronaldo und Messi. Das zeigt halt einfach, wie unglaublich teuer die sind. Es bringt halt nichts, irgendwie einen Messi zu haben oder Ronaldo und dann fährt er aber dann nur Scheiß. So, das Spiel will ich jetzt nicht mehr gewinnen. Also, ich will jetzt einfach konzentriert bleiben, weil das 2-0 ist immer so ein gefährliches, trügerisches Ding, weil das Problem ist, man führt zwar 2-0 und klar, wenn der Gegner ein Tor schießt, muss er immer noch eins machen. Muss er immer noch eins machen, aber sobald er halt eins macht, ist die Wahrscheinlichkeit fürs Zweite halt extrem groß, weil dann meistens er Aufwind bekommt, seine Moral gut ist, etc. und umgedreht halt die vom Gegner ist schlecht. Das heißt, es klingt komisch, aber die Wahrscheinlichkeit fürs Zweite steigt einfach nach dem Ersten. Und deswegen muss man halt versuchen, irgendwie noch ein Drittes zu machen, dann ist es echt unwahrscheinlich, weil da braucht er jetzt nach einem Tor noch zwei Tore. Ach, keine Ecke, nur ein Wort. Aber wenn man natürlich gut verteidigt und es 2-0 bleibt, dann... Geht es auch so, dann brauchen wir kein drittes Tor, logischerweise. Also wir müssen es halt aber auch so stehen bleiben. Krass, wie er da wirklich von der Pace her schneller als mein Name ist. Hätte ich sogar grätschen können. Das war ein schlechter Pass für mir. Das war ein schlechter Pass für mir. Da steht eigentlich auch ein Auto mit besser zum Ball, aber er guckt halt einfach nur komisch. Dann irgendwie mal was zu machen. Ich glaube, ich habe Benteke angeschossen. Oh, verdammt. Schöne Schusstauschung, würde ich sagen. War genau richtig, um da zum Tod zu kommen. Dass wir jetzt vor allem in die Halbzeit kommen mit dem 2-0-Ergebnis. Das Schöne ist vor allem auch, dass wir verdient führen. Kann mich daran erinnern, dass der Gegner irgendwie einen gefährlichen Abschluss hatte. Er tut immer so komisch abschirmt, der Gegner, wenn er noch total weit weg ist. Also ich finde den Verteidigungsverhalten teilweise merkwürdig und schlecht. Also ich verstehe nicht, warum er da... Weil da kann man so schön vorbei rennen. Aber wenn die so abschirmt sind, sind sie nämlich sehr langsam. Hier schon wieder, es ist sinnlos meiner Meinung nach. Schon wieder macht er es. Ich kann einfach mit warten, dass meine Nähe durchgelaufen ist. So, jetzt macht das Abschirm Sinn. Jetzt macht das Sinn. Aber nicht, wenn der einen Kilometer entfernt ist. Schade. Das war dumm, weil ich konnte eigentlich nicht durchgehen. Durch ein Jahr, aber nicht durch zwei. Er hat nicht ernsthaft von da geschossen. Ach, er wollte eine bestimmte Schusstoche machen. Alles klar. Ich wollte gerade... Oh, das war schlecht. Jetzt kommt der Strendl, Strendrian, der darf halt nicht kommen. Genau deswegen darf er nicht kommen, weil du darfst den Messi nicht schießen lassen. So, und jetzt haben wir das Problem. Er macht den Anschlusstreffer und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das zweite Tor macht, direkt gestiegen, weil er jetzt wieder Luft schnuppert. Und es war komplett meine Schuld. Es war komplett meine Schuld. Der Abwurf war schlecht. So, jetzt konzentrieren. Komm schon. Der Abwurf war schlecht und... Komm schon. Gegner spielt auf jeden Fall schlechter als ich. Das Tor war meine Schuld. Ich darf es nur nicht nochmal zulassen. Was macht er denn? Schöner Pass. Unglaublich schöner Pass. Das war halt scheiße, weil ich wollte den Bräune einspielen, der komplett frei ist. Ja, ich habe gedacht, ich habe in dem anderen Spieler den Ball und wollte zu meiner Nähe passen. Ja, es war ein schlechter Schuss von mir. War nicht meine Schuld. Hat er Glück, dass der Pass nicht durchkommt. Das ist so schlecht von ihm verteidigt. Unglaublich. Man sieht immer nicht, wo man hinflanken würde. Ich würde ja gerne flanken auf Benteke. Klar. Aber wie denn? War ein guter Schuss. Nicht platziert genug. Geiler Pass. Krass. Da hätte ich echt gedacht, dass ich Benteke wieder durchsetze. Im Kopfball-Duell. Schade. Schade. Mehr wahrscheinlich rein. Da. 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 Das macht aber so viele Aufbaufehler, da kommt er gar nicht mehr in den Lauf. Mist. Du bist ja damit beschäftigt den Gegner vom Ball abzuhalten. 88. Sehe ich gerade, habe ich gar nicht gemerkt. Ich war so fokussiert jetzt am Ende, also was ich positiv finde, dass ich echt nicht auf die Zeit geachtet habe. Boah, ja gut, da war ein bisschen zu krass der Pass. Sehr geil, sehr geil, den 19. Sieg auch noch geholt. Wenn es läuft, dann läuft es, Freunde. Zwei Vorlagen Benteke, richtig geil. Mal keine Kopfballtore. Gepräune macht ein Tor und Donautovic und Vorlagen-Kleiner-Benteke. Eieieieiei. Der betreibt aber ganz schön, der Junge. Geiler Stürmer, schön, dass der direkt der erste Stürmer auch der ist, der es erstmal bleiben wird. Wie gesagt, ich werde mich nur nach Upgrades umschauen und das ist man mit Hanoda Kane. Und da ich auch mit dem Stürmer zufrieden bin, gehen wir dann erstmal ins Mittelfeld rein. Wir haben ja wahrscheinlich 100.000 Coins zur Verfügung in dem nächsten. Schade, ne? Ein Sieg noch für Elite 2. Was wäre da eigentlich drin gewesen? Ich glaube 75.000 Coins. 75.000 Coins, ein Premium Team der Woche Set und zwei seltene Spieler Sets. Das verstehe ich nicht, aber das ist dann der Unterschied zwischen, ich muss unbedingt mal Elite 2 werden, weil ich wissen will, was der Unterschied ist zwischen zwei seltene Spieler Sets, die halt so schwarz sind und zwei Premium Gold Spieler Set. Achso, im Premium Gold Spieler Set, das sind auch normale Spieler drin und im seltene Spieler Set sind nur seltene drin, ne? Krass. Und halt 25.000 Coins, nochmal 25.000 mehr. Und ja, pfff, geil. Nice. Ich freue mich auf die nächste Weekend League. Was soll ich noch sagen? Ich spiele jetzt nicht noch ein anderes Spiel. Das war jetzt einfach ein schöner Abschluss. Ich will jetzt einfach noch genießen. Wenn ich jetzt noch ein Spiel verlieren würde, wäre es echt blöd. Deswegen 19 Siege, Freunde. Wir haben aus 25 Spielen nur sechs Niederlagen geholt. Und man muss sich mal überlegen, wir standen glaube ich bei, am Anfang standen wir bei drei Siegen und drei Niederlagen. Das heißt, wir haben in den restlichen 19 Spielen nur drei Niederlagen geholt. 16 gewonnen, drei verloren. Muss man sich mal überlegen, wie krass das ist. Richtig geil. Unglaublich geil. Ich hoffe, ich kann das nochmal wiederholen. Ich hoffe, ich bekomme jetzt häufiger mal die 18 Siege hin. Ich habe, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass es besonders glücklich lief in der Weekend League. Im Gegenteil. Ich hatte mentale Probleme. Ich habe zwei Spiele komplett verschenkt oder zur Hälfte verschenkt. Es gab auch wieder knappe Spiele, die ich verloren habe. Es gab knappe, die ich gewonnen habe. Ich habe ein bisschen in der Nachspielzeit, glaube ich, drei Spiele gewonnen, was gut war in der Verlängerung. Ich glaube, zwei Elfmeterschießen oder drei gewonnen. Geil. Richtig geil. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Eure Paxes, bis zum nächsten Mal. Was soll ich noch sagen? Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur genial. Und nach einer anfänglichen, nach einer Eingewöhnungsphase, das muss man ja auch sagen, am Anfang, das kommt ja noch dazu, am Anfang habe ich nicht so gut gespielt. Die ersten Spiele habe ich verloren mit der Premier League, glaube ich. Weil ich einfach eine Einspielphase gebraucht habe. De Bruyne kommt jetzt, obwohl ich halt, wie gesagt, ein paar Tore, ein paar mehr Tore mir noch erhoffen würde. Über Benteke brauchen wir gar nicht reden. In 13 Spielen 15 Scorer-Punkte. Vielleicht müssten wir, es sind ja auch ein paar zwischendurch abgebrochen, weil müssen wir sogar mittlerweile drei abziehen. Also in 12 Spielen 15 Scorer-Punkte. Das Schlimmste, das Beste ist halt, dass es so viele Kopfballtore waren. Arnautovic dreht langsam auch durch. 15 Spiele, 6 Scorer-Punkte und vor allem davon vier Tore. Ist ja schon fast Roy-Style, was er hier abzieht. Besser als in jedem dritten. Und Mane hat, glaube ich, nicht ganz so viele Scorer-Punkte. 6 und 18 ist in jedem dritten, ist auch gut. Aber der hat halt auch super viel Vorarbeit geleistet für ein paar Tore, die man halt nicht mit als Punkte gewertet bekommt. Arnautovic aber, glaube ich, auch. Aspili Cueta, mit dem bin ich viel zufriedener als mit Inform-Layton Baines, muss man auch sagen. Aber ich denke, sobald Inform-Layton Baines die nächste Inform bekommt, also Second Inform-Layton Baines, wird dann wahrscheinlich wieder interessant. Wobei bei Aspili ist halt vor allem die Arbeitsrate die mittlere in der Offensive so gut. Oh, er hat auch schon eine Vorlage, dass er halt nur Mittel hat. Das hat halt Second Inform-Layton Baines nicht, deswegen könnte es sein. Aber Inform-Aspili Cueta als Linksverteidiger wäre halt geil. Er hat schon eine Inform, aber leider als Innenverteidiger. Als Innenverteidiger will ich ihn nicht haben, dann finde ich ihn auch einfach zu klein mit 1,78. Deswegen, ich würde ihn schon lieber als Linksverteidiger spielen. Wenn er da jetzt nochmal eine Inform bekommen würde, wäre das logischerweise die Second Inform. Also Second Inform Aspili wäre richtig krass. Und Inform Coleman, auch supergut. Hat zwar hohe Arbeitsraten im Angriff, aber halt auch eine Defensive. Der macht einen sehr guten defensiven Job. Gefällt mir, brauche ich keinen Walker. Ja, was gibt es noch zu sagen? Das war es eigentlich. Ich bin überglücklich, 3 Scorer-Punkte. Na, kein T. Immer noch bei 2. Was hat er denn Touré gemacht? Ach ja, Touré hatte noch ein Tor geschossen, stimmt. Ah ne, auch eine Vorlage. Hm, hab gleich noch ein Tor geschossen. Und Smalling hat schon 3 Scorer-Punkte. Und Inform-Read hat noch keinen. Aber die kommen eh nicht mehr jetzt. Bei einer Ecke kommen sie jetzt höchst noch über einen Abpraller oder sowas zu einem Tor. Ansonsten macht die ja jetzt alle Benteke logischerweise. Sehr geil, sehr, sehr geil. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, euer überglücklicher Paxes. Den 19. Sieg auch noch eingefahren. Wie geil ist das denn? Ah, ist das schön. Ich freue mich echt schon auf die Packs. Und dadurch, dass es jetzt verlängert wurde, jetzt schon Montag ist oder bald Dienstagnacht, da brauche ich mir lange warten. Dann kann ich mir, können wir die aufmachen. Es wird schön. Es wird nur Schrott drin sein und ich werde mich trotzdem freuen. Info umsziehen. Nice. Bis zum nächsten Mal, Titsche.